Yeah! Neue Killstreaks verfügbar! Wow! Cool! Das freut mich! Ja, toll! Mensch, was kaufe ich denn jetzt? Ähm, 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 was kaufe ich denn jetzt? Man, was soll ich mir denn holen? Uh, die Sattery Gun wär doch mal ein... Nice! Ja! Die nehme ich jetzt auch. Bitches, Alter. Ah! Ich kann doch damit spielen. Ich spiele mal damit. Hey! Geil! Ha! Ich kann mich gar nicht erinnern, die Klasse mal erstellt zu haben. Ist ja mal eine coole Sache, ey! Cool! HMG! Schön, Mensch! Ja, das freut mich jetzt sehr überraschenderweise. Egal, ähm, hier gibt's immer so Leute, die hier langlaufen. Oh, die Farmas ist ja mal, hm, richtig godlike hier. Oh, oh. Wow, meine Sattery Gun! Yeah! Yeah! Obwohl, die muss man ja mit so einem Paket holen, wa? Ist ja widerwärtig. Ja, eigentlich wollte ich da jetzt mal ein Päckchen rufen. Obwohl, hier kann ich's ja auch rufen, oder? Das klappt sicher. Oh, vielleicht war das doch nicht so die beste Idee. Ha! 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 Oh, nee, das war... Oh, scheiße. Nicht gut. Was? Wieso landet das denn dort? Hä? Egal, egal. Naja. Ich hätte doch was anderes nehmen sollen. Ne gute Predator! Ah! Sniper! Jetzt mach ich so einen richtig krassen Quickscoops. Mega krass wird das jetzt. Oh, naja, okay, nicht getroffen. Egal. 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 Aber ich hab'n Kill bekommen. Ha! Auch wenn's mein Payball war. Scheiß drauf. Oh, wieder mal ne Host-Migration. Ja! Zum zweiten Mal! So macht man das. Na komm, na komm. Ich werd' der neue Host. Wie wär's denn damit, Mensch? Wie wär's denn damit, hä? Wie wär's damit? Aber nein! Stattdessen fliegt man hier raus. So läuft das doch ab hier, ne? Was für ein Bullshit, Mann! Ohne Sinn einfach! Ihr könnt mich mal! Mann, wieso? Nein! Hä? Das ist doch voll uncool! Ey, zweite Host-Migration und dann fickt ihr raus, Alter. So ein Bullshit, ja? Ah! Ey, nicht euer Ernst. Mann, dann hol ich mal etwas zu trinken. Meine Fresse, hab ja Zeit genug hier. Ich mach's. Hardcore-Team-Deathmatch! Das ist, glaub ich, ne ganz coole Sache. Ne richtig coole Sache. Bin mal gespannt, wie das hier so laufen wird. Ey, das Dummies hier muss man ja vorsichtig vorgehen, wa? Ist ja voll krass, ey. Richtig gefährlich. Oh mein Gott. Ja! 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 Ich hab ihn getötet. Uh! Ha! Ich lebe noch! Wow! Toll! Match! Oh oh! Ey, nicht euer Ernst, Alter! Nicht euer Ernst! Mann, was soll die Scheiße? Selbst meine Team-Kollegen, Mann! Was sind das denn für kleine... Meine Fresse! Das ist einfach nur... Mann! Das soll doch nicht Hardcore heißen, sondern einfach mal, wer gammelt am besten oder so. Ey, Mann! Kommt, Leute! Das ist doch nicht... Das ist einfach nur lächerlich. Nein! Ich... Mann, ey, jetzt komm... Also, äh... Ich bin grad voll krass gleich am Ausrasten hier. Das ist wirklich sehr... Ein sehr, sehr, sehr komischer Spielmodus geworden. Früher war das auf jeden Fall besser. Das weiß ich, glaub ich, noch. Oder ich hab die ganzen schlimmen Erfahrungen... Erinnerungen verdrängt und... Wieso hab ich ihn nicht getroffen? Mann, wieso... Wieso gammelt er denn da immer noch? Mann, das ist doch... Wieso? Wieso? Kann er nicht irgendwie mal rumlaufen oder... Leute! Ich glaube, ich warte mehr, als dass ich spiele. Das trifft es, glaub ich, sehr gut. Ist da immer noch jemand? Naja. Auf jeden Fall nicht mein Spiel. Auf jeden Fall nicht mein Spiel.